Ich nehm Schlauch. Achso. Hallo, hier ist Max. Warte mal, das geht. Kannst du dich mal ein bisschen größer machen? Kleine Wochen geht bei mir jetzt ordentlich. Hallo, hier ist Max. Und Esch. Und, was habt ihr da in der Hand? Playmobil-Fußball. Playmobil-Fußball. Wir haben nämlich auch gerade einen Kommentar bekommen, dass wir mal was über Fußball drehen sollen. Und ich würde sagen, das ist doch mal echt eine coole Sache hier, oder? Und ich würde sagen, das ist doch echt mal eine coole Sache. Playmobil-Fußball mit einem richtigen Stadion. Nun muss ich allerdings mal dazu sagen, das ist schon ein bisschen älter hier, das Paket, ne? Das kann man hier an der Seite gut sehen. Das hat schon ein paar Tage hinter sich. Oder ein paar Monate. Oder Jahre. So, aber wir können damit gut Fußball spielen. Und das können wir auch gleich mal machen. Wir müssen das nicht mal auspacken, ne? Wenn ich das... Denn der Karton ist leer. Was für ein Fake! Wo ist das Spiel? Hinter dir. Hinter mir? Hinter dir. Da gucken wir gleich mal hin. Aber erstmal geht's ab zum... Intro! Okay, dann können wir uns mal umdrehen und mal auf unsere Spielplätze gehen. Hier wird nämlich gespielt. Da ist das Fußballspiel. Max? Ja? Ja? Kannst du den hier mal kurz reinmachen, die Sache dir ist? Ja. Hier spielt er ist der FC Max gegen Ash 01. Was macht ihr hier? Haben wir die Platte so runter. Weil ich schließen kann. Genau, die müssen auf solchen Platten stehen, die Playmobilfiguren. Weißt, wie wir das eigentlich machen? No. Wir machen das so. Also in einer Hand machen wir so. Genau, das ist der Torwart. Der wird von hier hinten bedient, ne? Bumm, zack! Mit so einer Stange. Bumm, zack! Bumm, bumm! Aber da kann ich mir ja vorstellen, dass der Ball richtig weit weg fliegt, ne? Und er ist nicht so schnell. Ja. Und du, wie machst du das? Auch so dann. Genau so. Aber man soll eigentlich hier hinten drauf drücken und dann den Ball so wegschießen. Kann ich mal einen Ball haben? Ja. Ja, das ist auch nicht der Originalball. Das ist ein Flummi. Ja, der Originalball ist leider irgendwie irgendwo da. Da so vielleicht. Oder irgendwo anders. Also wir nehmen jetzt hier mal den Flummi. Hey, schieß! Schieß zu mir. Ich will mal erstmal... Genau, Max, mach du das mal. Wie findest du mir? Dann schieß mal. Wo ist der Ball hin? Da. 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 Also so schießt man normalerweise. Und ich will mal kurz zeigen, wie der Ball eigentlich aussieht. Das ist nämlich gar kein Ball. Das ist ein Vieleck. Vieleck. Das ist nämlich gar kein Ball. Naja, na gut, wenn man das Ball nennen möchte. Aber der hat Ecken. Vielleicht damit er nicht so gut rollen kann. Wir haben ja auch Fußballprofis hier. Nee, warte mal. Aber wir haben ja auch Fußballprofis hier. Naja, vielleicht so ein bisschen, ne? Und die können ja auch mit Rundenbällen schießen. Oder? Ja. Gut, wo ist die Anzeige? Wie viel steht's? 0 zu 9. 0 zu 9. Erstmal. Wer macht einen Wurf? Du fängst an. Wer macht einen Wurf? Ich. Okay, dann mal los. Obwohl, der Schiri macht einen Wurf. Wo ist der Schiri? Hier. Schiri. Da ist der Schiri. Und noch einer. Zwei Schiris? Mhm. Ah, Linienrichter noch. Und? Zwei, zwei, eins. Ein Ball. Und los geht's. Wer kommentiert das Spiel? So schnell kann man gar nicht kommentieren. Und er schießt. Und Max wird ab. Da, Max ist am Ball. Und er schießt mehrfach. Doch er versucht, er kriegt das Tor nicht. Er schafft nicht, das Tor zu treffen. Der erste S01. Nee, S01 greift an. Oha, die Anzeige ist umgeworfen worden. Was sagt der Schiedsrichter dazu? Wo ist er überhaupt? Hier. Schiedsrichter? Geht das Spiel weiter? Ja. Okay. Dann mal weiter mit dem Spiel. War das ein Tor eben? Ich glaube schon. Das ist doch ein Tor gefallen eben. Ja. Der Ball war im Tor. Max hat ein Tor geschossen. Das steht 1 zu 0. So, jetzt ist Ash wieder am Zug. Ah, aus. Und weiter geht das Spielen. Bum. Zack. Und leider daneben. Eigentor. Uh, das war aber nicht gut, oder? Nee. Macht nichts. Es geht nur um den Spaß. Ja. Es steht 2 zu 0. Es geht aber nur um den Spaß. Ja, Max. Es geht nur um den Spaß. Genau, und ein bisschen darum zu gewinnen. Denn jetzt schießt du mal ein richtiges Tor. Und los geht's. Und war das ein Tor? Oh, nee. Zack. Zack. Der Ball ging jetzt aus. Der ging übers Tor. Ey. Man darf auch viel wegnehmen. Der war drin. Und wie denn? Also, Max, wieso schießt du so viele Tore? Du musst mal den Kleinen auch mal ein bisschen kranken. Ich darf den wegnehmen. Du musst Ash auch mal eine Chance geben. Ja. Du hast deine Platte fertig. Und Ash, das ist kein Kampf, ja. Ja, das ist ein Spiel. Stopp, stopp. Du hast deine Platte verloren. Oh nein. Ohne Platte geht das nicht. Der muss die Platte wieder anziehen. Erst mit der Hacke rein. Und dann... Hacke, Spitze. Erst die Hacke, dann die Spitze. Und dann vorne drücken. Das mach ich. Ist das so schwer? Äh, nee. Soll ich mal her. Oder erst vorne. Gucken wir uns das mal an, wie das funktioniert. Mit dem festen Fuß vorne rein, hinten runter drücken. Eigentlich ganz leicht. Und weiter geht's. Da ist der Ball. Der Ball ist so schnell, dass man mit der Kamera kaum folgen kann. Und Ash ist vor dem Tor von Max. Und, und, und. Max, lass ihn rein. Und Tor. Es steht 3 zu 1. In der wievierten Spielminute? Ähm... Hey. Die Uhr, die geht ja gar nicht richtig. Genau. Eine Spieluhr. Na gut. Wer hat den Ball? Hier, Max hat Anstoß. Hey, gibt's keinen Mittelanstoß? Nö. Okay, wir machen das hier ein bisschen anders. Was für ein Gerangel. Der Schiedsrichter liegt am Boden. Wie kann das angehen? Ein Kampf auf dem Fußballfeld. Schiedsrichter aufstehen. Oh, ich bin umgerannt worden. Und Ash greift Max an. Und er schnappt sich den Ball. Wer hat seine Platte verloren? Spiel stopp. Spiel stopp. Warum Spiel stopp? Spiel stopp. Spiel stopp. Spiel stopp. Spiel stopp. Ash hat seine Platte verloren. Erst vorne rein und hinten drücken. Vorne rein und hinten drücken. Fest. Und weiter geht's. Du darfst mich nicht angreifen jetzt gerade. Zack. Ach, aus. Ich hab. Du darfst mich auch gerade nicht angreifen. Von da? Hier. Du musst vom Tor. Ach, das geht von der Mitte. Mittelanstoß. Nicht? Wenn der im Aus war, nicht. Okay, der war im Aus. Vom Tor, bitte. Vom Tor. Vom Tor. Okay, dann mal los. Und Schuss. Nein. Ich hab ihn jetzt. Oh, wie lange war das? Bumm, zack, bumm, zack, bumm. Oh Mann, was ist hier los? Schon wieder hat jemand die Platte verloren. Und? Und ich so. Oh nein. Schatze. Oh mein Gott. Die Fans randalieren am Tor rum. Oh, der macht das ja. Bumm, zack, bumm. Ich weiß. Meins. Oh Mann. Meins, 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 meins. Meins. Nicht so toll. Und? Meins. Da wurde das Spiel abgefiffen. Zündig, stopp. Das Spiel ist zu Ende. Wie viel steht's? 3-1. 3-1. Ich würde sagen, Max ist der Sieger. Es geht bis 9. Und eigentlich gibt's ja auch noch eine zweite Runde, ne? Boom. Aber wir haben jetzt mal nur mit einer Runde gespielt. Ich hab noch ein Tor. Ich hab noch ein Tor geschafft. Okay, 3-2. Gut, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht kriegen wir gleich noch unentschieden hin. Ja. Nein. Wir kriegen gleich noch unentschieden hin. Max hat den Ball und schießt und Ash übernimmt. Max hat ihn wieder und, und. Vielleicht kriegt Ash noch ein Tor. Oh. Spielt weiter. Weiterspielen. Weiter, weiter. Beide Spieler haben ihre Püße verloren. Ich mein, ihre Spielplatten. Hör aus. Ich auch. Die Platten haben wir draußen, ne? Ich. Du darfst jetzt nicht angehalten. Also du spielst jetzt ohne Platten weiter? Du darfst nicht angehalten. Ja, aber auch einer gut. Wenn ich angehalten darf. Und weiter geht das Spiel. Zack, boom, zack. Wie viel aus du hast. Ich hab. Ash, du versuch mal ein Tor zu schießen. Genau. Zack, boom, zack. Und? Zack, auu. Also wenn du nicht ganz so wild spielst, funktioniert das glaube ich viel besser. Genau, Ash. Na, Mäuschen spielen wir nicht ganz so wild, bitte. Los geht's. Hey, hör nicht von da. Vom Tor. Hey, der Ball muss still liegen. So, Ash hat Anstoß. Nee, Ash hat das Ball. Hat er Anstoß? Heißt das Anstoß dann? Nee, Abstoß. Okay, Ash hat... Könnt ihr das nochmal machen? Ja. Ja. Also, der Ball ging jetzt aus. Übers Tor rüber. Heißt das denn, er geht ins Aus? Ehrlich? Wow. Also, der Ball ging jetzt aus und Ash hat Abstoß. Boom. Da flog der Ball weg Richtung Tor, aber leider nicht. Ash? Was? Warte. Achso. Man kann den Ball auch nicht so richtig gut sehen hier, ne? Muss ich auch mal sagen. Grüner Ball auf grünem Grund. Jetzt hätte ich einen Orangen Ball wollen. So, kommt jetzt. Noch ein Tor. Einen Orangen Ball habe ich. Es gibt noch 30 Sekunden Verlängerung. Ein Tor wollen wir noch sehen. War das ein Tor? Ja. Ein Tor. Ash 0,1 hat noch ein Tor geschossen. Und damit steht es unentschieden. Die 30 Sekunden sind um. Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt sind sie oben. 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. So. Ey, mein Max, das zählte mich. So, jetzt machen wir mal hier einen Schlusssatz. Ja, mach. Das Spiel endet 3 zu 3. Team A gegen Team B. Also, er ist der FC Max gegen Ash 0,1. Ich würde sagen, ihr könnt das beide gleich gut, ne? Ja, das ist doch nicht 4 zu 3. Äh, 3 zu 3. Ach, ruhig jetzt. So, setzt euch mal weiter zusammen, bitte. Ash 0,1. So, das Spiel endete unentschieden. Ihr habt beide gut gekämpft. Sehr gut gemacht. Aber unser Video ist jetzt auch zu Ende. Ihr könnt ja gleich mal ein bisschen weiterspielen. Wie soll ich das überhaupt sagen? Müsst du noch einen großen? Ja. Ja. Wir nennen. So, unser Spiel ist zu Ende. Jetzt haben wir hier noch ein paar Grüße zu vergeben. Okay. Sag ich das oder ihr? Nee, ihr sagt das. Okay, ich sag das. Ich sag, so, das Spiel ist zu Ende. Es endete... So, das war unser kleines Fußballspiel. Es endete 3 zu 3 unentschieden. Habt ihr beide gut gemacht. Ja. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Grüße zu vergeben. Nämlich einmal einen Gruß an Virginia Rüetz oder Rüetz. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das Rüetz oder Rüetz ausgesprochen wird. Virginia, vielleicht kannst du uns das mal sagen. Sag du das mal. Virginia? Ja, Virginia. Vielleicht kannst du uns das mal schreiben, einen Kommentar. Virginia? Virginia. Virginia? Virginia. Virginia. Ich bin das nicht hin. Sag doch einfach Virginia. 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 Schreib doch einfach mal in die Kommentare, ob wir das richtig ausgesprochen haben oder nicht. Genau. Das ist eine gute Idee. Wir haben es vergessen. Hier ist die Anfrage von Virginia. So, das war unser Playmobil-Fußballspiel. Es endete 3 zu 3 unentschieden. Habt ihr beide echt gut gemacht. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Grüßen. Wir haben hier eine Anfrage von Virginia Rüetz oder Rüetz. Schreib doch einfach mal in die Kommentare. Lauter mal sehen. Schreib doch einfach mal in die Kommentare, ob wir das richtig ausgesprochen haben oder nicht. Hier oben ist der Kommentar. Und jetzt nochmal ein bisschen flüssiger. Und hier oben könnt ihr mal den Kommentar... Oder hier oben ist die... Und hier oben ist der Kommentar. Und hier oben ist der Kommentar. Genau. Da oben steht der Kommentar von Virginia Rüetz. Grüßen wir sie mal, ne? Ja. Hallo Virginia. Geht das nicht ein bisschen lauter? Ja. Hallo Virginia. Genau. So Virginia. Ich hoffe, dir hat unser Video ein bisschen... Ich hoffe, dir hat unser Video ein bisschen Spaß gemacht. Wir kommen gleich mal zum nächsten Gruß. Nämlich... Hier hat auch noch jemand gefragt, ob wir ihn grüßen können. Ist das gut? Und jetzt kommen wir gleich mal zum nächsten Gruß. Der ist hier oben, der Kommentar. Nochmal. Und jetzt kommen wir gleich mal zum nächsten Gruß. Der Kommentar ist hier. Genau. Der kommt von KenTV. KenTV, der guckt auch unsere Videos ganz gerne. Und den grüßen wir jetzt auch mal ganz doll. Hallo KenTV! Genau, das ist dein Gruß gewesen, KenTV. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem kleinen Gruß, beziehungsweise dem Grund dieses Videos, warum wir überhaupt ein Playmobil-Fußballvideo aufgenommen haben. Der ist auch hier oben. Genau. Das ist nämlich eine Anfrage von Julina Wigner gewesen, ob wir mal ein Fußballspiel oder ein Fußballvideo drehen können. Ich würde sagen, das war ein Fußballvideo, oder? Ja. Männer, was sagt ihr dazu? Yo. Yo. Das war ein Fußballspiel. Ja, das war ein Fußballspiel. Yo. Yo. Ja. Okay, das war unser Fußballspiel. Das ist unscharf. Wollen wir das so lassen? Ja. Oder Männer, was sagt ihr dazu? Yo. Ja. Hm? Ja. So, das war auch unser Fußballvideo, oder Männer? Ja. Was sagt ihr dazu? Ja. 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 Genau, das war Fußball. Hm? Fußball vom Feinsten. Ja. Mit Playmobil. Da ist das noch mal alles abgebildet. Und leider hatten wir nicht den richtigen Ball, sondern nur einen Flummi. Aber ich glaube, das ging auch ganz gut. Hm? Wenn es euch gefallen hat. Nee, das Video ist jetzt zu Ende. Das Fußballvideo ist jetzt zu Ende. Das Fußballvideo ist jetzt zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Schreibt uns Kommentare. Wer möchte, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Google+. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Nochmal abonniert unseren Kanal. Abonniert unseren Kanal. Beide zusammen. Drei, zwei, eins. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.